Und damit, Tchut, Tchut und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fühnüsse mit Dirk und Klaus. Uh, der Bitcoin-Overwatch. So, Ether immer noch recht schlecht und Dash ist neu. Ja, für alle Linden hast du da draußen. Was ist denn Dash? Info, Bronzestern, was soll das denn heißen? Bronzestark? Bitcoin-Dash, Bronzestern, da ist so, bei Info, da gibt es so ein Infofeld und das ist hier alles so ein bisschen, ja, verifiziert, verifiziert, verifiziert. Und die ganzen Dash-Verkäufer haben alle nur einen Bronzestern, Trust-Level. Was ist denn Dash? Ja, Dash ist das Neue und GNT, Germany's Next Topmodel, die Währung, würde ich mal vermuten. Preis pro GNT, aktueller Kurs 0,0, du kannst es nur in Bitcoin unterhalten. Oh Gott, das ist schwierig, aber gute Investitionen, kann ich nicht sagen. Ich gucke jetzt auch mal auf die Level, ob wir beide aufzeichnen, tun wir. Sehr gut, apropos Investitionen, ich habe mal hier investiert. Nice. Power Protein Bar, Body Attack. Delicious Taste, wir werden sehen. Wir haben die Sorte, beide die gleiche, ich habe reingegriffen, lagen nebeneinander, Müsli-Joghurt-Flavor. Nice, das brauche ich als Stärkung nach meinem Alltag in der Schule heute. Bitte was? Nach meinem Alltag in der Schule heute. Stimmt, Lehrer Dr. Knecht, wie war es denn? Tatsächlich heute ganz angenehm, es war ja nur so ein Tages-Workshop, den ich gegeben habe. Hast du ihn gegeben? Auch Schauspiel mit Thema Emotions and Drive, aber das Thema ist immer so ein bisschen nebenher. Das ist ja genau dein Thema. Genau. Ja. Du trägst deine Emotionen ja bar, für jeden sichtbar. Ich glaube, ich will einen Witz machen, aber ich kann es nicht ganz lesen. Nee, also es wurde verstanden da draußen. Tages-Workshop und echt recht angenehme Kids. Mein Höhepunkt war einer aus Judiths Gruppe. Das hat er unter jedem Lehrerstimmen. Recht angenehme Kids, Zwinker-Smiley. Aus Judiths Gruppe haben sie halt so eine Gefängnis-Szene gespielt. Die Kids und zwei Mädels. Und die eine sitzt halt so im Knast und die andere kommt dazu. Palim, palim. Die hat ja eine Eidrufe Pommes. Und sagt, so I heard this is a hard prison. Und das andere Mädels sagt, it is for pussies like you. Aber so ein zartes, blondes Mädchen von 13 Jahren. Ja, alle mal kurz. Also alle, die zugehört haben. Wow. Drop the mic. War das schon ein Impro-Ding oder was? Nee. Ja, weil Judith flucht ja recht viel. Ich vermute mal. Okay. Ach, sie hat die Texte geschrieben? Nee, aber sie hat die wahrscheinlich zu der Sprache ermutigt. Mit ihrem Gatter-Talk. Sie hat ja auch so einen Hip-Hop-Dance-Hintergrund. Naja. Der ist mal schnell mal. Naja, es ist, also echt. Und die haben auch meine Gruppe. Ich habe es ein bisschen geändert heute, das Format. Mehr Peitsche, weniger Lächeln. Ich habe sie dann recht schnell in drei Gruppen zu fünf Schülern eingeteilt. Dann habe ich sie einfach gefragt. Wie viele waren es insgesamt? Rot, weiß oder blau? Dann mussten sie was sagen. Dann habe ich ihnen ein Kostüm gegeben. Ihr seid die Franzosen. Genau. Aus dem Kostümfundus, den du hier auch am Feuerzangen im Bullenabend durchwühlt hast. Äh, kann mich nicht entsehen. Ja. Du meinst, also du weißt nicht mehr, ob du als Rotkäppchen oder Dr. Dirk hier rumgelaufen bist. Ich war das Rotkäppchen. Hosenlos, wie Rotkäppchen. Naja, ich war eigentlich der Wolf im Rotkäppchen-Kostüm. So ist doch die Geschichte. Jaja. Wer war denn der Doktor? Dr. Ranjit vermutlich. Der hat doch gar nicht mitgemacht. Der lag doch schon wie eine Robbe da. Wie eine ausgenommene Robbe. Dann entweder Brownie oder ich. Ich will ja Brownie sagen. Das ist so der Doktor. Er ist ja optisch der Doktor-Typ und Ranjit nennt sich nur. Weil er gerne so wäre wie Brownie, glaube ich. Apropos, wie schmeckt denn dein Funktions-Brownie? Fruchtig. So ein bisschen wie die ersten Proteinriegel, die wir damals beim Rewe geholt haben. Aber da sind noch irgendwie so eine kleine Stückchen Katzenstreu. Das ist was ganz Feines. Das ist gut. Merkst du gar nicht. Das kann man dann wahrscheinlich wieder als natürliches Aroma verkaufen, weil da die Basis Pressspan war oder so. Und das irgendwann mal Holz. Und somit natürlich. Aber das heißt, es war gar nichts, keine Aufreger, die waren halt alle cool drauf, waren keine Waldorf-Ex-Mitarbeiter. Nee, also echt normale, managebare Schüler. Natürlich trotzdem, also meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, weil du musst da trotzdem ständig schreien, um sie mal kurz wieder zur Ruhe zu bringen. Aber das ist ja bei einer siebten Klasse, die in so panischer Gruppenarbeit arbeitet, nichts ungewöhnliches. Ja, ansonsten. Was ist denen für eine Szene vorgegeben? Ihr seid alles Schließer in einem Knast. Ich habe denen halt die Kostüme gegeben. Die anderen hatten das Rotkäppchen-Kostüm. Ach so, wirklich diese Dinge? Ja, genau. Die hast du die Folge reinigt? Die hatten dort noch ihr an. Ja, aber... Für Sex habe ich eine separate Kostümschublade. Das, den Arztkittel und Polizeiuniform. Die Polizeiuniform hatten halt so ein Jahr, jemand klaut das Handy von jemandem. Okay, lustig. Die mit dem Arzt hatten so eine Szene, wo jemand Drogen mischt. Der hat dann halt einfach seinen Untergebenen die ganze Zeit angeschrien. Also waren das so Themenvorschläge und die sollten daraus improvisieren? Nee, ich habe ihnen nur die... Texte und Szenen oder was? Ich habe ihnen nur die Kostüme gegeben. Als Startpunkt. Und von da aus haben sie was gemacht. Ach so, die sollten dann aber selber schreiben oder improvisieren? Ja. Okay. Davor hatten wir ein paar andere Szenen gemacht. Ein Flugzeugcrash und ein Löwe bricht aus dem Zoo aus. Also hast du auch so ein bisschen Autorenarbeit gemacht? Davor. Also nur erstmal, nur dass sie... Es gibt so eine Theaterübung, die du halt gerne mit Kindern machst. Du lässt sie eine Statue darstellen von irgendeinem Event. Also sagen wir jetzt mal eine Beerdigung. Also du machst es halt so ein bisschen spannend. Beerdigung. Aber der zu Beerdigende ist ein Zombie. So. Ja, wird schwierig. Brauchst du jetzt Schliff kriegen. Und das stellst du halt als Statue dar. Und dann 30 Sekunden danach, wie sieht die Statue dann aus. Und 30 Sekunden davor. Und dann müssen sie halt die drei Bilder verbinden zu einer Szene. Okay. Und das haben wir so als Szenenübung gemacht. Und dann hatten sie danach echt ein ganz gutes Verständnis für Anfang, Mitte, Ende von der Szene. Aber das ist ja nicht nur für Kinder gut. Das ist ja nur für jeden, der mit Schauspielern nichts zu tun hat. Ja, genau. Aber für Kinder, die halt erstmal noch grundsätzlich die Struktur von Geschichten verstehen müssen. Ja. Also dafür ist es halt einfach, weil es eine einfache Übung dafür ist, Anfang, Mitte, Ende und jedes Mal ist irgendwas ein bisschen anders. Ja. So. Und ja. Aber man sieht halt leider so viel Produktion, wo das nicht der Fall ist. Deswegen ist das vielleicht für manche irritierend. Das ist aber bei Tag und Nacht, das ist aber nicht so. Krass. Schule hat nur einen langen Mittelteil. Ja. Aber einen krassen langen Mittelteil. Und Fortnite nur ein Ende. Coolen Tanz. Oder coole Tänze. Ich weiß nicht, wer erzählt das eigentlich 50.000 sind, dass es nicht dieser eine Flossdance ist. Naja, naja. Der Karten-Tanz, da gab es Ärger. Gab es halt wegen Rechte, oder was? Mhm. Die Rechte. Aber? Fortnite hat gewonnen. Ähm, weil die von Rockstar Games sind und dahinter steht Epic Games oder was? Nee, der, ähm, der... Ist doch so, ne? Die sind auch von... Epic Games gehört Fortnite, ja. Aber Epic Games ist nicht der börsennotierte. Und Human Can Fly oder It Can Fly oder wie heißen die anderen? Das haben ja zwei gemacht, nicht nur Fortnite. Äh, Fortnite haben, ähm, Epic Games und Blablabla Can Fly. Ich glaube, you can fly. Also, es ist irgendein komisches Unternehmen aus China. Das, das... Fortnite hat auch so eine ganz crazy Geschichte. Ja. Ich, äh, kann nur empfehlen, es gibt von Foldable Human, sei der YouTube-Kanal, Folding Ideas. Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Genau, von Dan Olson. Und der hat neulich was zu Fortnite gemacht, wo er über Fortnite redet und wie fies dieses Geschäftsmodell dahinter ist und die Plattform... People Can Fly heißen die anderen. Ja. Und da hat er darüber geredet und auch über die, ähm, Fortnite war ja eigentlich ein ganz anderes Spiel, bevor sie dieses Battle Royale-Ding implementiert haben, was dann zum quasi einzigen, äh, spielbaren Zweig von Fortnite wurde. Davor war es irgendwie so wie ein Spiel, wo du dir mit mehreren Leuten baust du dir einen vor und irgendwelche computergesteuerten Zombies kommen und greifen das an. So ein bisschen wie bei Counter-Strike, ne? Das war ja halt auch nur eine Option, dieses... Von Half-Life, genau. Genau. Half-Life 2, glaube ich, war es, glaube ich. Und da hat sich dann irgendwie nur dieses Battle-Ding daraus gefiltert. Genau, genau. Und bei Fortnite war es dann noch so, die haben dann einen neuen chinesischen Entwickler angestellt und der sollte das streamlinen, dass es rentabler wird als ein Spiel, was du einfach verkaufst. Und, äh, ja. Ja, also Fortnite ist einfach extrem rentabel und dafür, dass das Spiel eigentlich umsonst ist und Kinder nur dazu angehalten werden, Tänze zu kaufen für viel zu viel Geld. Tänze und Kostüme. Und dann, also bei Folding Ideas geht es auch darum, dir wird, wenn du kein Geld ausgibst, schon dieses Minimum an Existenzrecht, das Aussehen deiner Figur zu bestimmen, entzogen. Du startest immer mit einer zufällig generierten Figur. Jedes Mal neu. Genau, in einem Basiskostüm. Das heißt, wenn du dich halt auch irgendwie cool hochtrainierst, wie es ja manche machen, dann sind die halt immer Schlumpfen, Tischlampe oder irgendwas. Ja. Ja, du hast immer, also einfach nur so eine... Und du willst ja irgendwann halt zumindest... Du hast nur so eine Militärhose und so ein Unterhemd an. Ja, aber der Kopf ist immer anders. Du kannst nicht mal das Geschlecht entscheiden. Ja. Also das ist... Das meine ich. Genau, das ist rein zufällig. Und... Und dann zahlst du irgendwann erst mal so 50 Cent. Nee, du musst gleich mehr. Also du musst gleich mehr ausgeben. Also wir reden von mindestens 10 Euro. Und das einmalig, damit man ein Gesicht hat oder regelmäßig? Einmalig. Dann hast du zumindest das Gesicht, was zu dem Kostüm gehört, was du gekauft hast. Und das ist aber halt so dieses ganz typische fiese Modell. Du kannst theoretisch nicht mal umrechnen, wie viel du zahlst für das Kostüm. Weil das... Naja, so du kaufst jetzt ein Kostüm für 1000 V-Bucks. V-Bucks ist die digitale Währung. 1000 V-Bucks kannst du aber nicht einfach kaufen. Also du kannst nicht einfach sagen, du kaufst 1000. Sondern ich glaube, das kleinste Paket ist irgendwie, du kaufst für 14 Euro, kaufst du 1200 und du bekommst 150 gratis. Für... Also es beginnt schon sofort komplex. Ja, genau. Und dann, je mehr du kaufst, desto mehr bekommst du gratis. Das heißt, der Preis von dem Kostüm fluktuiert. Und je nachdem, wie viel Geld du ausgegeben hast, wie viel Geld du getauscht hast in V-Bucks. Was du natürlich auch nicht zurückkaufen kannst. Ich schüttel den Kopf. Und davon ausgehend ist es, du kannst nie genau die Summe kaufen, die du für ein Kostüm brauchst oder für irgendwas, was du kaufen möchtest. Du musst immer mehr eintauschen. Und das heißt, du hast immer ein bisschen was übrig, womit du nichts anfangen kannst. Oder dir fehlt immer ein bisschen. Das heißt, du musst halt immer mehr eintauschen. Aber abgesehen von diesem ganz schönen Arschloch-System ist es ja gleichzeitig auch ein sehr intelligentes Geldmaschinen-System. Genau. Dass du sagst von wegen, du bist halt immer, wer lässt was liegen? Oder wer ist kurz davor und gibt es da nicht aus? Das ist ja auch nicht nur Fortnite. Also um das mal... Ja, okay. Das ist ein bewährtes System. Das ist ein bewährtes System. Und gerade so Mobile Games werden um dieses Prinzip herum gebaut. Ja. Also das Spiel ist Nebensache. Das Prinzip ist das, was steht. Und auch in Casinos ist es ja auch nicht anders. Du tauschst dein Geld gegen Jetons, die für dich keinen Wert haben. Du kannst dich leichter von so einem Plastikding trennen als von einem 5-Euro-Schein. Ja. Es gibt ja so etliche Dinge. Du hast ja mal erzählt, dass zum Beispiel diese ganzen freien Online-Spiele ja auch darauf basieren, dass halt einfach nur eine minimale Prozentzahl an Leuten sich halt monatlich da halt irgendwie was Festes kauft. Und 95 Prozent spielen das halt einfach frei. Aber es reicht, wenn halt einfach 5 Prozent zahlen oder so. Also das ist halt so konzipiert, dass es halt einfach... Weil es ja wahrscheinlich einmal geschrieben ist und die Rechnerleistung so alles überschaubar ist, was man da halt wahrscheinlich an Energie und Geld reinstecken muss monatlich. Und wenn man sagt, man hat 5 Prozent feste User und das vielleicht auch nur zum Saugen für zwei Jahre oder so, dann reicht das. Und in der Zeit haben wir schon tausend andere Sachen geschrieben. In der Regel tatsächlich länger. Okay. Also ich meine, das wird natürlich, wenn du eben keine anderen Spiele schreibst, sondern dafür sorgst, dass die Spieler dein Spiel auf ewig spielen. Okay. Das ist natürlich das präferierte Modell. Weil Fortnite geht jetzt, glaube ich, ins dritte Jahr in dem Ding. Und... Ich meine, es gibt immer noch Counter-Strike-Gruppen und so ein Zeug. Genau. Und du kannst es ja einfach updaten. Auch Team Fortress 2, das ist auch so ein Spiel, wo du Hüte kaufen kannst. Das Spiel geht ums Hüte kaufen? Nein. Aber das ist das Geschäftsmodell. Bei Counter-Strike sind es... Oh, sie haben aber einen guten Hut. Bei Counter-Strike... Mein Hut hat einen eigenen Hut. Sind es Skins für die Waffen. Also du kannst... Skins für die Waffen. Du kannst eine Tarnfarbe für deine Waffe kaufen. Oder die Waffe sieht anders aus. Was es bei Fortnite inzwischen auch gibt, dass du halt... Den Trigger vergolden lassen kannst. Ja, genau. Und... Das ist halt extrem rentabel. Und ich glaube, bei Fortnite ist, glaube ich, die Quote von Leuten, die Geld ausgeben, noch ein bisschen höher. Was vermutlich aber auch daran liegt, dass Fortnite ein Spiel ist, was sich gezielt an Zehnjährige richtet. Also nicht neun, nicht elf, zehn. Nein, aber halt... Aber Fortnite, das ist doch von, ich würde sagen, fünf bis 25, oder? Ja, aber das ist... Aber das ist halt genau diese Teenager, die halt einfach kein Verhältnis zu Geld haben. Ja. Und das ist anders als ein Spiel wie... Also Counter-Strike richtet sich an Spiele, die ein bisschen älter sind. Ja. Also eher so 15, würde ich mal sagen, oder? Wann war so bei dir die Hochzeit mit Counter-Strike? Ich würde auch sagen so 14 bis 17 oder so. Ja, aber also da, wo du halt nicht einfach geneigt oder wo du schon so ein bisschen Verständnis dafür hast, dass du halt nicht einfach Geld ausgeben kannst im Internet. Ja, und ich habe es ja halt auch immer nur bei Kumpels gespielt. Weil ich hatte ja gar keinen Rechner und die hatten ja dann halt auch irgendwie so eine, die allerersten Internetverbindungen, weil man, was war das mit einem 3- oder 4-86er, sich dann halt durchs 256K-Modem ins Netz schraubt. Und dann war man, glaube ich, halt generell erstmal schon so aufgeregt, dass man jetzt gegen, weiß nicht, gegen ein paar Leute aus der ganzen Welt spielt. Die vermutlich zwei Dörfer weitersaßen. Genau. Und man wusste jetzt auch nicht, wie viele Bots damals schon aktiv waren und man das noch gar nicht kannte. Weil dann gab es halt auch die Sachen, wo man gedacht hat, cheatet der oder was ist da los? Diese Sachen, wenn halt irgendwer rennt, springt und wird dann halt über eine Meile mit einer Magnum halt kopfschlussmäßig permanent erwischt. Das ist ja echt komisch. Es gab doch auch schon so diese, diese lokalen Cheats, was Leute gemacht haben, sich mit einem Filzstift den Mittelpunkt auf dem Bildschirm zu markieren, dass du halt nicht zielen musst, sondern quasi immer das, das Fadenkreis aufgemalt hast. Hat das denn nicht mini weißen Punkt oder hatst du gar keinen? Ich glaube, du hattest, den hattest du nur, wenn du ins Zielen gingst. Okay. Und wenn du nur gerannt bist, dann hattest du das eben nicht. Ja. Zumindest mit einigen Waffen. Ich war eh immer ein Camper. Also, ich war echt immer, das ist das Klassische, der halt dann ab und zu mal spielt und dann irgendwie versucht, eine Chance zu haben. Das heißt, okay, wie komme ich durchs Mauseloch oben auf den Baum rauf und warte da? Also, und dann gucke ich mal und dann siehst du aber Leute vorbei und denkst, scheiße, der ist voll gut. Ich lasse es nicht auf Anhieb, scheiße, 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 scheiße. Und er lässt ihn vorbeilaufen. Schaust dir einfach nur die Leute an und dann zum Schluss denkst du, okay, jetzt jagt er ja mich. Verdammt, jetzt muss ich mich bewegen. So spiele ich ja auch Fortnite, als so ein elaboriertes Katz-und-Maus-Spiel mit den ganzen Zehnjährigen. Ja, man merkt ja auch relativ schnell, wie wahnsinnig gut alle anderen werden, wenn erst mal so ein Spielhype beginnt, dass man denkt, oh Gott, und dann hörst du halt auch so Gespräche in der Schule von wegen, ja, muss danach gleich nach Hause, muss trainieren. Und das nächste war Battlefield. Da hat jemand sich immer auf dem Battlefield und da hab ich halt auch mitgespielt. Und da konnte man ja immer zusammen dann irgendwie in Teams und so und das war halt ein bisschen geiler, weil die Teams größer waren, die Geräte waren halt anders. Du konntest teilweise irgendwie im Flugzeug und sowas. Das war schon krass, wenn jemand es irgendwie geschafft hat, in den Helikopter irgendwas rein und kam mit der Steuerung nicht klar. Dieses dreidimensional, alle Richtungen, musste halt dann Winde und sowas brechen und da war immer Feuer ab. Dann irgendwie so, wir sind gestiegen, wow, ich hab eine Richtung. Kaputt. Weil du da unten ja nur stehen musstest, langsam deinem Panzerfass auszielen, ganz ruhig, weil du gesehen hast, wie das Ding wackelig hoch und merkst, drei, vier sitzen drinnen und denken, Alter, wir haben's und dann war es schon. Also so. Ja. Wie fällt ständig Sache irgendwas aufs Gerüst, aus dem Fenster? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Irgendwie Pappe oder so. Naja. Ja, bei Fortnite ist auch das, das meint Dan Olsen in dem Video halt auch, das Problem, durch diese Baumechanik ist es halt so, dass ganz viele Leute einfach, du spielst das und du hast das Gefühl, die spielen ein ganz anderes Spiel als du. Also ich kann, ich kann halt so ein bisschen rumlaufen und mich taktisch verhalten, aber ich kann da nichts bauen. Also ich, im Leben könnte ich da nicht irgendwie so einen Turm bauen, in den ich fliehe. Ich sehe ab und zu so eine krassen Instagram-Videos, wo die Leute dann spielen und diese ganzen Baumaßnahmen ja immer nur als taktische Brücke oder sowas nutzen. Genau. Und dann springen die halt und in der Luft bauen die dann sich halt mal so einen Schrägdach, wo die dann kurz mal aufkommen, dann wieder weiter und sich irgendwie an der Rinne abrollen, die sie dann halt kurz in Luft bauen und letztens habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob man das bauen kann, schießen, kleben oder irgendwas, da ist jemand von so einem kurzen Schrägdach gesprungen, war halt in so einer Mörderhöhe und plötzlich war über ihn, ich weiß nicht, geschossen oder irgendwas, war wie so ein Drahtseil und da hing dann halt ein Magnet dran und er hatte halt ein metallisches Kostüm und hing dann mit dem Kopf an dem Ding und so rührte dann halt runter und irgendwie kam das wohl, weil das alles zugebaut war, kam derjenige, der unten am Baum gestalkt hat, nicht dahin zu sehen, dass er gerade runter sind und der hat es arroganterweise dann zum Schluss mit Messer gelöst. Also dass er halt echt den ganzen Weg dahin sich zubaute, der konnte ihn nicht sehen und dann hinter ihn und das ist... Also ich meine, vor allem ist es halt, du musst halt auch die Karte kennen, auswendig, wie die ganzen Kids. Aber die Bewegungen sind halt so extrem schnell. Ja, und die spielen das ja tausende Stunden und ich glaube, ich habe so 20 Stunden vielleicht gespielt, was mir auch schon recht viel vorkommt, aber ich bin halt so, ich kann halt nicht die Zeit darin investieren, da irgendwie gut zu werden. Vor allem das Spiel ist halt auch nicht so gut. Also das ist anders zum Beispiel als Rocket League, was halt einfach auch ein sehr gutes Spiel ist, was ja auch Geld kostet. Was eine sehr gute ausgereifte Mechanik hat, wo alles genau funktioniert, so wie es soll. Also bei Rocket League spürst du das halt und bei Fortnite ist halt schon ein bisschen komisch, so richtig sinnvoll ist hier irgendwie nichts. Die ganze Shooter-Mechanik funktioniert auch nicht so richtig oder nur so halb. Das Bauen ist halt total komisch. Dann ist es halt auch so, also die Waffen sind auch gar nicht ausbalanciert. Alle Waffen auf mittlere Distanz zum Beispiel sind halt mehr oder weniger nutzlos. Wieso? Auf mittlere Distanz, du schaffst es da nicht jemanden zu erledigen. Also schnell alles. Genau, du rennst halt ran und dann hast du eine Shotgun und hast einen Vorteil oder du erledigst jemanden mit einem Sniper-Rifle mit einem Schuss. Okay. Und alles andere in der Mitte ist halt so, ja, Glückssache mehr oder weniger. Also wenn du da auf jemanden anfängst zu schießen, die Waffen sind so unpräzise, der rennt auf dich zu und hat eine Shotgun und gewinnt. Okay. Und dann diese ganzen Spielereien und die Steuerung wechselt ständig, je nachdem, welchem Fahrzeug du sitzt. Also es ist schon alles so ein bisschen strange. Was war denn das, was die Jungs gespielt haben mit der Karte, die immer kleiner wurde? PUBG. PUBG. Das war so das, der größte Vorgänger von Fortnite. Das war aber auch ein Abkürzeln, ne? Player Unknowns Battlegrounds. Ah, ja. Also Battlegrounds ist das Spiel und der Programmierer hat den Tag Player Unknown. Okay. Genau, und Fortnite hat mehr oder weniger dieses Prinzip kopiert, wobei PUBG war auch nicht das erste Spiel, das dieses Prinzip hatte, dieses Hunger Games Prinzip. Und alle, die das heutzutage machen, machen genau das mit kleinen Variationen. Okay. Weil es halt einfach, es ist halt taktisch, es ist halt ganz gut, weil du weißt, die Runde ist auf ein paar Minuten begrenzt. Also ich fand PUBG angenehm anzuschauen, weil es halt so ein bisschen entspannter war. Ja, genau. Und alles war so ein bisschen realer. Also du hattest halt nicht irgendwelche futuristischen Kostüme und Waffen so, sondern du hattest halt wahrhaftige Waffen und drei, vier Fahrzeuge und ja, konntest dann halt tatsächlich so, wenn du da irgendwie Zusammenschluss hattest, zu ein paar Orte durchstöbern und sowas. Ich würde das auch lieber spielen, wenn ich irgendwas hätte, auf dem das läuft. Achso, okay. Weil du spielst ja Fortnite und hast es. Naja. Ich hab das auf der Switch. Hast du nicht wieder was? Also das PUBG hat relativ große Systemanforderungen und Ich dachte, das wäre so ein Online-Ding. Nee. Dass du kaufst, ich glaub, du musst das sogar kaufen. Ich glaube, das ist nicht umsonst. Okay. Aber das wird ja bestimmt krass gespielt, oder? Da könnte ich falsch liegen. Ja, ja, genau. Aber ich mein, das wechselt dann halt immer ab. Gerade ist das beliebt, ich glaube, das beliebteste Spiel oder was zumindest halt eine Zeit lang richtig durch die Decke ging bei Apex Legends. Sag mir nix. Was halt das gleiche Prinzip hat, aber du spielst immer in einer Gruppe. Okay. Also du bist nie allein, du bist immer in einem Squad. Ja. Was es natürlich schon mal ein bisschen einfacher macht zu koordinieren. Du hast halt immer irgendwas mit, bist halt immer mit Freunden unterwegs und es gibt verschiedene Klassen. Das heißt, du spielst nicht einfach irgendwas, sondern du hast eine Hero Class. Also entweder Heiler oder weiß ich nicht, jemanden mit Granaten oder so. Okay. Ja, ja, ja. Dirk. Klar. Ist schon halb rum bei der Folge? Ich habe auch eine ganz... Lieber zur Frage. Eine ganz entspannte Frage. Dann können wir auch weiter reden und die Frage in den letzten fünf Minuten klären. Naja, ist jetzt eigentlich... Oder wir erklären es anhand von Fortnite. Das könnte man mal probieren. Meine Frage ist ein bisschen provokant. Welcher ist der einzig wahre Gott? Wen soll man bei der Europawahl 2019 wählen? Ja, die Fortnite-Partei. So. Oh, ich habe gedacht, solange wir wollen und lustig sind, ich habe gedacht, wir gucken uns mal ein paar Parteien an, die es da so gibt. Die unbekannten Kandidaten, eventuell gehen wir auch auf den Wahl-O-Maten ein. Ja. Ja, ja, ja. Die Sache ist nämlich, es gibt ja... Du hast mir das, glaube ich, erzählt, dass es diese geplante 5-Prozent-Hürde nicht mehr gibt. Genau. Weil es sie nicht durchkam. ein Prozent ist es, glaube ich. Ein Prozent musst du haben, um im Europaparlament vertreten zu sein. Und das Beispiel, die Partei hatte so zwei oder drei, ne? Zwei. Zwei. Es gibt jetzt ein schönes Interview von Sonneborn. Ja, der hat auch ein schönes Buch geschrieben. Ja. Sonneborn geht nach Burschel. Ja, genau. Wo er meinte, ja, naja, es ist jetzt irgendwie die NPD kommt jetzt nur noch so auf ein Prozent. Und er meint so, ich als Mitglied einer Zwei-Prozent-Partei kann dafür nur Verachtung empfinden. Ja, apropos, was ich sehr süß finde, ich verwechsel immer, ich habe gesehen, also klar, die ganz Klassischen können wir kurz durchgehen. CDU, CSU, SPD, Grüne sind dabei. Die Linke... Ja, ja, die bewährten Altparteien. Das ganze links-grün-versiffte Pack. AfD. Ja, endlich, endlich mal einer, der sagt, wie es ist. Deine neue Nachbarn, FDP, Bundesvereinigung Freie Wähler, die Piraten, ich wusste gar nicht, dass ich die noch... Ich muss dir mal ein Bild von dem Bundesvereinigung Freie Wähler zeigen, weil in Brandenburg ist auch Wahl und ich war ja heute in Brandenburg. Ja. Und offensichtlich... Wahl in Brandenburg? Nee, zur Parlamentswahl. Und offensichtlich tritt er auch, wie heißt er denn, müsst ihr mal googeln, Klaus Pape, Ruth Blechschmidt-Pape, Minon Lenz und Dr. Wolfgang Korn zwei Swinger-Pärchen, die fürs Parlament antreten. Geiles Bild. Also, ich beschreibe das mal. Können wir das Bild nehmen? Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Beschreib es denn Europa drüber. Ja, also, ihr werdet es ja dann sehen, aber vier ältere Herrschaften, die sich alle so ein bisschen aneinander betatschen. Ich möchte eine der Frauen nachher sein. Ganz, es ist auch irgendwie, hier ist die eine Hand, die ist völlig deplatziert und die beiden Männer, die stehen dann halt so dann, also wirklich so ganz creepy von außen, ist das echt, die sehen, siehst du ein bisschen aus wie das Inhaberfoto vom Zwanglos 4. Was? Es gibt so eine berühmte Swinger-Lokale in Berlin, die Zwanglos heißen. Okay, ich bin da nicht so involviert. Oh ja, auf einmal. Der Herr mit seiner Sex-Kostüm-Schublade ist da halt dann schon ein bisschen weiter. Ja, die Piraten sind auch dabei, Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz natürlich, die NPD, Familienpartei Deutschlands, ökologische, demokratische Partei, die Partei, die Grauen. Genau, und da kommst du schon zu so einem guten Punkt, ich verwechsel immer die Grauen mit den Grauen Pantern. Sind das nicht die? Nee, eben nicht. Die Grauen mit dem Claim für alle Generationen und dann gibt es halt die Grauen Panther und die Grauen Panther sind leider einer von zwei kleinen Parteien in Deutschland, alle anderen haben es, die keinen Spitzenkandidaten oder generell Kandidaten auflisten konnten. Also, falls du kurzfristig noch in die Partei die Grauen Panther eingibst. Ich glaube, da sind wir beide zusammengenommen, nicht alt genug. Ah, Scheiße. Nico Semsrott. Ja, ja, der ist ja auf der zweiten Liste. Genau, von der Partei. Der hat einen schönen Wahlwerbespot gemacht. Ja. Darum geht es, jetzt mal als Überlegung von den Grauen Pantern. Wenn Menschen in den ersten 18 Lebensjahren nicht wählen dürfen, sollten sie auch in den letzten 18 Lebensjahren nicht wählen dürfen. Also, allen Senioren wird das Wahlrecht entzogen. Weil, wie er meint, die müssen die Konsequenzen eh nicht mehr erleben und versauen allen anderen die Tour, weil sie sexistischen und rassistischen Blödsinn wählen oder kurz das Parteiprogramm der CDU. Ist ja manchmal was dran. Keine Stimme für Letztwähler, heißt der Spot. Kann ich nur empfehlen. Das passt auch zu den Antworten. Ich habe den Wahl-O-Mat mal gemacht von der Partei. Wir hätten da noch Der dritte Weg gruselig in so altdeutscher Schrift mit Der dritte Weg? Ja. War Also, auf ihrem Plakat ist da so ein so ein Lorbeerkranz um Römisch 3 rum. Reich zum dritten Weg. Ja. Der dritte Weg in Klammern nur dritter Weg. Ja. Ich würde mal sagen, unsere letzte Hoffnung. Klaus Armstroff und Matthias Fischer sind ja der Spitzenkandidat. Dann die Bayern-Partei. Ich weiß gar nicht, wofür die Bayern-Partei steht. Ich würde sagen, ganz liberal, frei. Ja, ich würde auch sagen. Gleichstellung. Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit. Und dann danach kommt leicht, das irritiert mich mal, wenn die so ähnlich heißen, Bündnis C. Christen für Deutschland. Ich frage mich mal, was sind das denn, so eine Hardcore-Spieler-Partei, die mit der christlichen, demokratischen, na gut, ich meine, wie christlich ist die christlich-demokratische Union? Naja, sie halten es immer vor. Aber sie sind wie ein klassischer Christ, Humut-Christen, die so einmal zu Weihnachten halt irgendwie auftauchen und sagen, ich will Geld oder so. dann hätten wir noch die feministische Partei Die Frauen, kurz Die Frauen. Wann kommen wir eigentlich zu den Violetten? Ja, gleich, gleich, gleich. Dann ist es ja ein bisschen Die Grauen für alle Generationen, kurz Die Grauen. Da ist übrigens der Spitzenkandidat. Ist das der ganze Name? Die Grauen für alle Generationen, kurz Die Grauen. Ja, fast. Michael Schulz ist da übrigens der Spitzenkandidat. Partei der Humanisten. Ich glaube, es sollte eine Friedens, eine sehr, sehr eckige, also wenn man so dieses Spirograph, nicht Spirograph, aber immer Kreise, also die Anfänger von Geometriezeichnungen in der Grundschule oder jeder. Und so ein bisschen sieht da halt irgendwie die Taube mit tausend Farben aus. Ich denke, man ist eine Taube bei der Humanisten. Demokratie in Europa, kurz Diem25. Da ist Yannis Varoufakis, ist nämlich der Spitzenkandidat. Müsste es nicht DIN heißen? Die deutsche Industrienorm für Europa? DIN A4. Die Rechte, die ist die Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz. Ja, Betonung auf Volk. Ja, kurz die Rechte. Und jetzt sind wir bei den Violetten. Die Violette, die Violetten, da ist nämlich der, der, nicht der Jochen. Violette, gentil, Violette. Sondern der Jochem, der Jochem mit M, der Jochem Kalmbacher ist da unser Spitzenkandidat. Mit Jochem mit M, da kannst du auch nur Spitzenkandidat von den Violetten werden. Dann sind wir bei der Deutschen Kommunistischen Partei, die DKP, Olaf, Olaf Harms, Europäische Partei Liebe, kurz IPL. Oder IPL. Das Sergej Samarjiddi. Es tut mir leid, weil ich dich falsch ausgesprochen habe, Sergej. Jedenfalls. Partei für Gesundheitsforschung. Kurz, wie kürzt sich die Partei für Gesundheitsforschung ab? Ich bleib bei Mengele. Sie kürzt sich ab mit Gesundheitsforschung. Felix Wert ist da der Spitzenkandidat. Gewagt, gewagt. Jetzt Graue Panther, da gibt es ja leider noch keinen Spitzenkandidaten oder generell. Oder die letzten fünf Kandidaten sind verstorben. Ich habe auch mich gefragt, ob die, also das ist ja wirklich eine berechtigte Frage, dass sie sagen, wir haben einen Spitzenkandidaten gehabt, aber der Achim, der hat jetzt einen zweiten Bypass gekriegt und der Olga, der dann gesagt hat, ich mache es dann eventuell oder die Olga, die ist mit ihrer Hüfte gerade schwierig. Also das sind ja vielleicht ganz wirkliche Altersprobleme, die die Grauen halt haben, die Grauen Panther, ich verwechsel das, Töne. Und dass die dann immer sagen, unsere Kandidaten können Gesundheitsbedingtheit einfach nicht. Ja, ideal, um im Parlament zu sitzen, würde ich sagen. Ja, also ich würde sagen, wenn du wirklich fest dann in Brüssel bist und dann halt vom Parlament zu deinem festen Hotel wohnen, ich weiß nicht, hatte Sonneborn, hatte der eigentlich ein Hotelzimmer, ja, oder hatte der, oder haben, nee, Quatsch, es gibt diese Parteigebäude, wo die dann immer ihre Parteivohnungen haben. Ja, ich würde sagen, ich glaube, die haben eher Dienstwohnungen als Hotels. Obwohl ich ja das Emblem oder wie sagen wir, das Zeichen, die Präsentation ihrer Partei. Ist das ein Panther am Krückstock ohne Zähne? Es ist Graue in Grau, Panther in Pantherfarben, in Magenta würde ich sagen. Wusstest du, dass Panther keine Tiere sind? Sondern ehemalige Sozialbeamter? Nein, der Panther ist keine Tiergattung an sich, sondern nur ein schwarzer Leopard. Ach so meinst du das? Oder ein dunkler Leopard, wenn du hell das Licht drauf scheinst, dann siehst du auch die Flecken noch. Ah. Aber ein Gepard ist ein Gepard. Ein Gepard ist ein Gepard, ja. Ja, und da drauf steht dann der Panther und hebt dann die linke Foto, macht so ein bisschen und ringsherum sind, ich denke mal, alle Sterne der Mitgliedstaaten, ich weiß nicht. Liberal-Konservative-Reformer, kurz LKR. Und da ist... Liberal-Konservative-Reformer, das widerspricht sich doch dreimal im Titel. Wieso? Können man als... Also ich meine, die FDP ist auch sehr konservativ und liberal. Naja, das ist ja die Sache. Die FDP ist eigentlich schon nicht liberal, sondern neoliberal. Also liberal und konservativ schließt sich schon mal aus und konservativ und reformer schließt sich aus. Also kannst du ja nicht sagen, wir wollen Reformen, aber wir wollen alles erhalten. Ja, aber dann argumentieren sie wahrscheinlich, dass irgendwann mal ja die erste, der erste Bestand ja, der musste ja erstmal geschaffen werden. Das war die ursprüngliche Reform und dafür sind sie ja auch und somit sind sie Urreformer vielleicht. Um das zu re-reformieren. Kann man da bitte mal anrufen? Aber da ist zum Beispiel der Spitzenkandidat, der erste mit doppeltem Titel, beziehungsweise, ich glaube, die anderen hatten auch alle. Dr. Penis. Prof. Dr. Bernd Lucke, falls ihr da noch was sagt. Wie bitte? Ja. Das ist nämlich der Kandidat, den wir noch alle kennen von den damaligen Anfängen der, Bernd Lucke war doch damals die AfD, das Gesicht, der Gold nach vorne bringen wollte, den Euro abschaffen und irgendwie sowas. Die haben doch Gold verkauft in ihrer Hochzeit. Genau, und sind damit durchgekommen. Nicht wie die Partei, die Geld verkauft hat, was angeblich illegal war. Und der ist jetzt Spitzenkandidat der LKR. Dann die menschliche Welt. Ich dachte, das wäre so ein Sonderheft der Welt, aber ist halt eine Partei. Und da ist nämlich Kaffa Atschbak Spitzenkandidat. Das hatte ich heute bei meinem rumänischen Bäcker auch. Kaffa Atschbak. Schön einfach mal so ein kleiner Konig-Mandelsnack. Dann hätten wir die MLPD. Das klang wieder wie so ein... Ein Gespenst geht um in Europa. Genau. Und da finde ich es ganz schön, da sind Spitzen... Das ist Kevin Kühnerts Partei, oder? Das sind die einzigen, die keinen Spitzenkandidaten, sondern ein Spitzen-Duo haben. Und zwar Lisa Gärtner und Peter Weißpfennig. Dann haben wir die... Der trägt ja das Kapital schon im Namen. Dann haben wir die, die vielleicht mit der LKR was zusammen machen können. Die neue Liberale, die Sozialliberalen, kurz NL. Wie viel? Das ist bei Niederlande. Ja. Ja, bitte, wie viel? Nee, alles gut. Ich reg mich ja nur sinnlos auf. Chris Piag ist dabei. Dann, das sieht ganz geil aus. Das Zeichen sieht so ein bisschen aus wie diese Pow-Explosion bei Comics. Da drin in der Mitte ist so ein wahnsinniger Smiley mit Zähnen. Unten ist halt irgendwie so ein gekipptes Kreuz und ein gekippter Halbmond. Oben kommt sowas wie Haare oder eine Faust raus und rechts ist ein Stern. Und zwar ist es das Zeichen... Die arbeitslose Pogo-Penner-Partei Europas. Ökologische Linke. Kurz Öko-Links mit X. Öko-Links. X ist auch der coolste Buchstabe. Ja, hallo? Xletics? Die haben sogar zwei X, fällt mir dabei mal auf. Ah. Geil. Dann, das ist auch sehr geiles Bild. Partei für die Tiere Deutschlands und zwar ist es da die Justitia quasi angelegt. Ich habe George Orwell's Animal Farm gelesen. Ich weiß, wie das ausgeht. Und zwar ist es die Justitia und auf der einen Seite ist irgendwie, ich würde sagen, Hund und Katze und auf der anderen Seite ist Lamm und Rind, würde ich sagen. Also zukünftige Salami. Aber gleichwertig oder im Lot. Und da ist Gina Bechthold oder Gina Bechthold. Ich hoffe, dass du wild sagst. Und dann hätten wir noch die SGP. Vielleicht sagst du mir, wofür die steht. Ja, die Schwanzgruppe Europas. Nein, SGP, pardon. Schwanzgruppe Pimmel. Schwanzgenitalpimmel. Sozialistische Gleichheitspartei. Vierte Internationale. Völker hört die Signale, hier ist die vierte Internationale. Was ist denn die dritte Internationale? Ich weiß nicht. Dann sieht es aus wie so ein altes Apothekerzeichen. Immer noch nicht fertig. Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz. Kurz. Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz. Ah, dich dran. Tierschutz-Allianz. Da muss ich jetzt eigentlich an, was ist das Animal Farm? Denken. Thomas Mossmann. Oder Mossmann. Dann, das sieht aus wie ein ehemaliges Tattoo. Das ist halt irgendwie so eine Bären-Tatze. Handabdruck. Und das in so einem Halbkreis. Und das ist Aktion-Partei für Tierschutz. Das Original. Ich möchte nicht wissen, ob wir noch auf die Fake oder auf die Abklatsch-Parteien davon kommen. Das sind doch Parteien für Leute, die sich erst auf dem Wahlzettel informieren, was sie wählen wollen, oder? Ich frage mich auch, weißt du, wie die sich abkürzen? Das Tierschutz-Partei ist original. Tierschutz-Partei. Dich dran. Tierschutz-Hier-Ausrufezeichen. Das Claudia Krüger. Tierschutz-Hier. Punkt. Vielleicht Tierschutz-Tier oder so? Claudia Krüger ist der Spitzenkandidat. Tierschutz-Tier. Ja. Dann gibt es, ich sage einfach, weil wir die abkürzen. Die haben nämlich leider auch noch keinen Spitzenkandidaten. Vielleicht kannst du mir erzählen, woran es liegt. Die nennen sich kurz Volksabstimmung. Volt. Nee, das ist schon das Kürzel. Volksabstimmung. Es gibt auch irgendwas Volt, habe ich auch Plakate gesehen. Ja, das wäre dann die letzte. Das letzte. Die letzte Partei. Ja, Volksabstimmung. Ja, und im Gesamten, das war jetzt so, was meinst du, die komplett? Deutsche Partei, linker Rechtssozialisten, liberal, konservativer, Neomarxisten, Volksabstimmung. Also, das Zeichen ist halt die Deutschlandfahne und auf dem Roten steht in Weiß Volksabstimmung. Und dann steht da ein ganz klein, Arbeit, Frieden, Freiheit, Gesundheit, Gerechtigkeit. Machen frei. Die nennen sich insgesamt ab jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Demokratie durch Volksabstimmung. Das ist der Name. Ab jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Demokratie durch Volksabstimmung. Die haben leider noch keinen Kandidaten. Woran liegt das? Also, die haben keinen Spitzenkandidaten und keinen Kandidaten generell. Wie die Grauen. Das sind die beiden, die leider keine, die Grauen Panther, die leider keine. Ja, aber. Ich würde sagen, die sind auch sehr konservativ und sehr alt und sehr klein und sehr unorganisiert vielleicht. Die haben es vielleicht nur gerade mal zur, zum, weiß nicht, wie heißt das bei denen, Handelsregister geschafft oder was? Die oder der. Es ist vielleicht nur einer. Oder es ist vielleicht die Katze, die halt einfach sich auf eine Tastatur gelegt hat und zack, hat es eine Partei gegründet. Jetzt kommen wir zu Volt Deutschland. Kurz Volt. Was ist Volt Deutschland? Volt, ihr die totale Volksabstimmung. Ja, es ist, naja. Also, komm, schon ein bisschen Marketing, muss doch mal sein. Damian oder Damien, Böselager. Klingt wie so ein Startup-Fragger. Volt, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber das... Lila, krass lila. Ich bin auf der Seite gerade. Ja, die Plakate, lila und so ein bisschen orange, glaube ich, wenn ich die Plakate richtig in Erinnerung habe. Die haben mir in Friedrichsland-Kolzberg viel geklebt. Volt heißt, glaube ich, er oder sie will. Also, selbst auf der Seite, im Lateinischen. Auf dem Anfang wird dir nicht klar, was passiert. Wenn du halt ins Menü gehst, kannst du nur Städte anwählen. Also, es ist halt irgendwie bewusst so ein bisschen wirr gebastelt. Also, wählt sie einfach mal, ist unsere Empfehlung. Ja. Wählt Volt. Wählt Volt, was auch immer. Ja, dann ist nämlich alles klar. Somit sind wir halt auch schon soweit. Ja. Und, wenn du Bock hast, könnten wir zusammen, weil dann, wir gehen ja auch zusammen wählen. Wir haben ja auch einen Perso. Gehen wir zusammen wählen? Ja. Ja, steht ja auch, müssen ja auch. Ja. Dirk und Klaus steht auf unserem Perso. Scheiße. Ja. Ich habe das Foto, was ich mal vorzeige und du hast dann den Rest. Ich habe den Namen, ja. Gut. Also. Ja, wie halten wir es denn? Ich persönlich bin ja dafür, dass wir die Aktienrente einführen nach Friedrich Merz. Deswegen CDU schon mal ein großer Favorit von mir. Also, ich dachte, wir gehen jetzt den Wahl-O-Maten an. Achso. Ah, ja, okay, kann man machen. Soll ich das auf dem größeren Display machen? Mir egal. Ich hätte das jetzt hier. Achso, wenn du es da hast, wenn du es schaffst, Ich schaffe es. Ich weiß ja nicht, wie auf dem Handy die Oberfläche ist. Ich denke mal ähnlich. Ich stimme halt ab und dann gucken wir. Also, und wir stimmen halt zusammen, dass wir halt dann uns irgendwie einigen, falls irgendwas unklar ist. Das dürfte ja kein Problem sein. These 1. Es sollen EU-weite, verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Ich bin dagegen. Finde ich, ich habe gedacht, finde ich ja generell nicht verkehrt, wenn ich mir das vorstelle, man könnte mitentscheiden. Aber, das heißt natürlich auch, die ganze dusselige Masse darf halt entscheiden. Vor allem auch in so konservativen Ländern wie Ungarn und katholischen Ländern wie Italien oder Spanien ist. Ja, ja. Es ist manchmal nicht verkehrt, Sachen von Experten oder zumindest Leuten, die sich ein bisschen besser damit auskennen, entscheiden zu lassen. Aber komischerweise funktioniert es im skandinavischen Raum, oder? Da haben die doch in Schweden, sonst schaffen sie es immer mit Bürgerentscheidung. Mit relativ losen Populationen und einem relativ hohen Bildungsgrad kannst du das, glaube ich, machen. Auf lokaler Ebene funktioniert es ja oft auch sehr gut, auch in, die Schweiz hat es auch irgendwie gemacht, als Reformmodell für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Schweizer stimmen halt alle ganz vernünftig ab. Ja. Also da war dann halt die Abstimmung, ja, naja, wir müssen halt, wir wollen das alle behalten, aber die Beiträge sollen sinken und das muss alles entschlackt werden. Also ich muss auch an, ich glaube, die hießen die drei oder sowas, eines der ersten kleinen Parteien, die ich vorgelesen habe, die so ein bisschen konservativ aussahen, die ja irgendwie die Bürgerrechtspartei oder sowas waren oder Bürgerentscheidpartei und die sahen halt auch ein bisschen konservativ rechts aus und es ist ja lustiger, was heißt lustig, es sind ja immer interessanterweise die eher rechtskonservativen Parteien, die sich total aussprechen für Bürgerentscheide. Ja, also das und halt ganz links. Ja, okay. Da auch schon wieder. Aber das Problem ist halt auch einfach, das sind einfach die, also auch die, auch mit den Extremen kannst du die Leute ja manipulieren. Ja. Wenn du überlegst, wie die Bild-Zeitung halt Meinungen macht. Ja, ja. Mit halt irgendwelchen extremen Thesen und das ist halt, da kriegst du die Leute halt auf die Straße und stell dir vor, du würdest halt irgendwie in Ostdeutschland oder in Westdeutschland auch jetzt Abstimmungen machen, ob noch Asylsuchende in deinem Ort aufgenommen werden sollen. Okay. Ja. So, und das sind ja, also das sind halt Sachen, die sollten die Leute halt einfach nicht entscheiden dürfen. Weil es halt auch um größere Sachen, also halt Völker, um menschenrechtliche Dinge geht. Also ich kann dich total verstehen. Ich muss sagen, grundlegend fände ich das eine gute Idee, aber leider, so wie du auch sagst, die breite Masse, das Volk, das EU-Volk, ist glaube ich nicht bereit dazu, beziehungsweise wäre das ein ganz, ganz großes, gruseliges Ergebnis, wenn man das sagt. Also stimmen wir nicht zu. Richtig. Stimmen wir nicht zu. Okay. Dann These Nummer zwei. Die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen. Stimme ich zu. Ja, da war auch eine lustige. CO2, Dünnpfiff. Da war dann auch ein lustiger Kommentar von der Partei, es hieß von wegen, ja, sind wir auch für, aber knaller fänden wir es, wenn die EU generell die jetzigen Ziele erstmal einhält, bevor sich neue Ziele setzen. Die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen. Das hat ja erstmal so diesen NATO-Touch, dass man so denkt von wegen, naja, je mehr drinnen sind, desto weniger Konflikt zwischeneinander. Andererseits denkst du aber, dann hat ja jeder gewissen Anspruch auf diese große, große Armee. Und wenn du dann halt an so viele rechtskonservative Führer, wie halt dann irgendwie Ungarn oder Konsorten halt denkst, und dann heißt es von wegen, ja, hier, rechts außen finden wir irgendwie gerade ein bisschen gruselig. Wir brauchen das EU-Militär. Ja. Was die dann halt erstmal dürften so. Ja, also zudem, es gibt ja zwischen Deutschland und Frankreich auch schon gemischte Verbände. Also es gibt ein deutsch-französisches Bataillon. Okay. Und ich glaube auch, zwischen anderen Nationen, die angrenzen und die halt ähnliche demokratische Werte verteidigen, zumal die meisten, wenn nicht alle, EU-Staaten sind in der NATO. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber die meisten, die meisten werden in der NATO sein. Das heißt, der Bündnisfall würde sowieso greifen. Also ich meine, das Interesse ist halt verständlicherweise von Frankreich da. Weil Frankreich derzeit die einzige EU-Nation ist, die Atomwaffen hat. Okay. Und Atomwaffen sind teuer. Ich denke mal, nicht nur in der Herstellung, sondern auch in der... In der Instandsetzung, Unterhaltung, Absicherung, weil du musst die ja dann auch einsatzbereit halten und das ist natürlich einfach ein riesen Kostenposten und verständlicherweise will Frankreich das halt auf mehrere Schultern verteilen, zumal halt durch Donald Trump ist es halt weniger wahrscheinlich geworden, dass die USA als Bündnispartner an Europas Seite stehen. Das heißt, es hat ja durchaus seine Berechtigung, dass wir sagen, wir müssen uns in Europa besser absichern. Und deswegen, dass von Nationen wie Frankreich oder auch von Deutschland, die halt einen relativ hohen Wehretat haben, ist es natürlich im Interesse, das halt aufzuteilen auf die anderen Nationen. Auf der anderen Seite bin ich nicht sicher, ob ein europäisches Heer das Problem lösen würde. Ich finde es auch eher gruselig, weil ich dann glaube, dass halt bei Entscheidungen einzelner EU-Länder das Heer zu nutzen, die Mitspreche oder die Veto-Möglichkeit der anderen Länder, die halt dann auch quasi Support ihrer eigenen Männer und Frauen dann halt geben, dass das geringer ist. Und jetzt ist es halt, dass du ja als EU-Staat oder EU-Mitglied halt dann erstmal die anderen auch irgendwie unterstützen solltest, aber halt der Diskurs wäre größer. Und da wäre es einfach, glaube ich, viel einfacher, Militär zu nutzen in einer Größe, die halt dann schon wieder gruselig ist. Also ich war ja auch, ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, ich war auch zwei Wochen in Frankreich im Manöver und habe da mit französischen Truppen zusammen die Heide platt gemacht. Also ich meine, die Kooperationen gibt es ja. Also ich bin nicht der Ansicht, dass ein europäisches Heer dafür notwendig ist. Stimmen wir damit? Ja. Die Europäische Union soll vorrangig Biolandwirtschaft fördern. Also ich finde grundlegend das nicht verkehrt. Da würde ich auch wieder sagen, wenn die Richtlinien erstmal generell eingehalten werden und zwar auch sowas wie, es dürfen halt keine bio-genutzten Felder direkt grenzen an normal agrarwirtschaftlich genutzte Felder, weil dann halt einfach der Boden nicht großartig unterschiedlich ist. also wenn ich halt dann weniger drauf scheiße. So, aber Ich hatte das, das hatte ich neulich auch in einem anderen Gespräch. Ich finde, die Bio-Definition finde ich ist ein bisschen schwierig, weil Das ist es ja auch. So, das ist halt auch, also A, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, B, da gibt es ja auch die Diskussion mit genetisch modifizierten Organismen. Ja. Also GMOs. Die sind ja so ein Riesending und die sind theoretisch viel mehr bio als natürlich angebautes Obst. Wieso? Weil die nicht gespritzt werden müssen. Also das heißt, einmal künstlich gebaut, aber dann komplett. Du machst ja nichts anderes als die Natur auch. Du beschleunigst nur den Prozess der natürlichen Selektion. Und dann kannst du halt einfach gezielt die Sorten züchten, die gegen Schädlinge immun sind. Aber ich meine, gibt es da Langzeitstudien, die verifiziert sind, was es auf den Menschen... Ja, das gibt es seit den 70ern und 80ern. Okay. Die GMOs. Also das ist, und wie gesagt, du machst nichts, du spritzt ja nichts rein, sondern du suchst einfach nur gezielt die, die Stränge raus. Und das wurde auch schon in vielen Krisensituationen wird das halt gerne eingesetzt, wenn irgendein Schädling irgendwas richtig platt macht. Ja. Und dann kannst du halt damit quasi den Bestand neu auffüllen. Und die Frage ist, zählt das in dieser Definition in Bio rein oder geht es jetzt ums Spritzen? Es ist ja natürlich sehr einfach formuliert, weil es sind ja alles massiv große Themen, die wir ansprechen. Und Bio spricht ja auch, Bio sagt ja auch nichts darüber aus, wie der CO2-Abdruck davon ist. Weil wenn wir jetzt sagen, ja, wir bauen unsere Bio-App in Spanien an und transportieren die von Spanien nach Deutschland, dann kannst du, ja, dann mögen die biologisch angebaut sein, aber auf dem Weg dahin haben die erst mal so einen Transport-CO2-Abdruck, dass du halt eigentlich auch nicht mehr sagen kannst, das ist Bio. Es müsste vielleicht auch erst mal inländisch eine einzige Bio-Definition geben, die auf alle gemünzt ist. Weil ich meine, wie viele Bio-Label gibt es, wie viele können gekauft werden? Und dann gibt es halt natürlich nicht grundlos mittlerweile so welche, die sehr streng sind, so wie so eine Demeter-Verifizierung, dass man sagt, ja, wenn die jetzt sagen, und dann müsste es natürlich eine europäisch einheitliche Definition davon geben. Und wenn es dann irgendwie sowas gäbe, wie so eine strenge Demeter-Richtlinie für ganz Europa, dann würde ich sagen, ja, jetzt bin ich eher noch neutral, weil ich einfach nicht so wenig weiß. Ich würde auch sagen neutral, weil mir ist das zu allgemein formuliert und es trifft halt einfach auch keine klare Aussage dazu. Ich habe neulich auch ein Interview im Tagesspiegel gelesen, wo er meinte, wie können wir halt unseren CO2-Abdruck reduzieren? Er meinte, viele Leute denken, du darfst gar kein Fleisch mehr essen, aber er meinte, nein, einfach in Maßen Fleisch essen. Früher hast du halt auch nicht jeden Tag Braten gegessen. Nein, grundlos gab es diesen Freitag, wo dann irgendwie Christlich gesehen, aber generell einmal Sonntagsbraten oder so. Ja, genau, einmal Fisch, einmal Geflügel, einmal rotes Fleisch die Woche oder so. Ich glaube, so 100 Gramm rotes Fleisch die Woche, meinte er im Schnitt. Und damit ist halt schon mal viel getan, weil du halt einfach die Sachen nicht anliefern lassen musst und das ist ja oft einfach das, was auf die Umwelt diese ganz krassen Auswirkungen hat. Das ist ja aber generell die Lieferscheiße. Ja, ja, genau. Ich meine, unabhängig davon, aber wie gesagt, wie viel halt biomäßig sich die Avocados reinpumpen und die dann sonst vorher geliefert werden, dass irgendwie ein Kilo Avocado eine Tonne Wasser im Schnitt brauche. Ich baue meine eigenen an. Genau. Ja. Nein, also es ist halt ein schwieriges Thema und in der allgemeinen Formulierung ist es halt. Ja. Gehe ich mal weiter. Deutschland soll anstelle des Euro wieder eine nationale Währung einführen. Da habe ich gedacht, ah nicht, Alter, wir haben so lange diese Hin- und Her-Pimmelei, danach haben ganz viele sich danach gesehen, wieder D-Mark und Umrechnung und so ein Zeug. Das ist vor allem, das ist halt auch einfach alles Quatsch, dass die Leute sich halt einreden, damals war alles billiger. Ja, es hatte halt, also der Wert des Geldes verändert sich halt permanent. Das ist das auch mal erstmal diese Akzeptanz, so was sie, was da rauskam, wer hat das, New York Times, oder wer hat halt die alte Steuererklärung von Trump von Ja, 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 ja. 80er bis 90er, da was da war, wo sie gesagt haben, dass er in der Zeit irgendwie 1,2 Milliarden, was jetzt, also jetziger Stand wären das 2 Milliarden Dollar, so die er halt einfach verpimmelt hätte, was ja damals schon erzählt war, wenn er halt mit dem Vermögen, was er geerbt hätte, nichts gemacht hat, dann wäre er jetzt halt irgendwann ein vierfaches Reichen, könnte sich halt auch so nennen, wie er sich immer nennt, aber seitdem ist ja halt einfach nur so dieses Vorgeben etwas zu sein, aber das ist ja in allen Bereichen. Nein, also keinesfalls, das ist auch absolut, das ist ja so eine beliebte nationalistische These von Parteien wie der AfD, den Leuten halt genau in diese Nostalgie reinzureden, das ist ja die Kernthese, früher war alles besser und du machst das halt an so ein paar Eckpunkten fest und früher hatten die Leute die D-Mark und die war stabil und da alle wollten die gerne haben und das ist halt einfach, ja, der E-König. Also auch allein für den EU-Fokus, es ist halt auch eine totale Absonderung der anderen Länder, wenn du so einen Scheiß machst und dann, naja, okay, also sagen wir nein. Richtig. Die EU soll private Seenotrettungsinitiativen im Mittelmeer unterstützen. Ja. Ja, das erklärt sich ja schon selbst. Auf den Handel mit Finanzprodukten, zum Beispiel Aktien, soll eine Steuer erhoben werden. Ja. Definitiv. Ja. Transaktionssteuer. Das ist, ich meine, das ist ja auch, das Problem ist ja, da habe ich ja neulich mit dir auch drüber geredet, dieser Index zur sozialen Gleichstellung in Deutschland, der hat wie viele Deutsche wie viel Prozent des Vermögens haben und die untere Hälfte hat drei Prozent des Vermögens in Deutschland. Und das basiert natürlich einfach auf auf solchen Politiken, dass du sagst, auf Arbeit verlangst du Steuern und in Deutschland ja sogar einen relativ hohen Steuersatz und auf Erbschaft und Finanzen verlangst du keine Steuern oder halt nur sehr wenig Steuern und natürlich, wenn du halt dein Leben wie Christian Lindner mit 18 mit einem Porsche beginnst, dann, und halt, na klar, ich meine, wenn alles Geld, was wir bisher verdient haben in unserem Leben unversteuert gewesen wäre, hätten wir auch deutlich mehr Geld. Zumal wir halt einfach mit jedem bescheuten ein Tageswerbedeal oder sonst was sind wir halt besteuert wie ein Spitzenverdiener mit den 42 Prozent plus die soziale sind wir immer bei über 50 Prozent. Ja, und du zahlst halt auch Vermögen, keine Steuern, du zahlst, wenn du dein Geld anlegst, keine Steuern oder halt kaum Steuern, dann kannst du dein Geld halt in eine Wohnung stecken, dann bekommst du daraus noch eine Rendite mit relativ niedrigem Steuersatz. Natürlich schaffst du halt so eine Schräglage, weil die Leute, die schon mit Vermögen starten, halt einfach das Vermögen relativ einfach vermehren können. Ja. Und eine Transaktionssteuer, die halt einfach widerspiegelt, das ist ja auch so ein Trugschluss der FDP, die immer dann sagen, naja, aber die Leute haben ja mehr Geld zur Verfügung, wenn wir da keine Steuern verlangen und die Steuern braucht der Staat aber trotzdem. Und wenn der Banker die Steuern nicht zahlt, dann zahlt die halt der Busfahrer. Ja. Und beide nutzen die Infrastruktur, die damit gezahlt wurde. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Du kannst ja nicht aussuchen, wie die Pflegeversicherung in Deutschland gedeckelt ist. Ja, weil keiner so viel Pflege kostet. Ja und, aber ich habe keinen Führerschein, habe kein Auto und muss trotzdem die Straßen mitbezahlen. Ja. That's life. Ein unheimlich gut entspanntes Thema, merke ich da gerade. Jetzt sind wir auf dem Punkt, den du gerade schon angesprochen hast. Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen soll in der EU erlaubt sein. Ja. Das ist wissenschaftlich, da gibt es tatsächlich, da gibt es eine große Lobby gegen, auch vor allem gegen Monsanto. Und das Problem ist, das Problem ist bei Monsanto eher, dass sie halt Geschäftspraktiken haben, die zum Kotzen sind. Also die genetische Modifizierung, die ist sicher und das ist auch, Monsanto hat wirklich Leben damit gerettet, wenn die halt so Sachen in Afrika anbauen. Aber die Geschäftspraktiken sind zum Kotzen, da sind sie wie die Mafia. Aber wir saufen alle Glyphosat und wissen halt nicht die Auswirkungen darauf. Aber das ist ja nicht, das hat ja mit genetisch modifizierten Organismen nichts zu tun. Aber ich meine, das sind doch auch, ach nee, das sind Pflanzenschutzmittel gewesen. Ja, genau. Was du halt theoretisch sogar einsparen kannst, wenn du die richtigen Organismen anbaust. Aber ich finde das halt auch, es ist ähnlich wie Bio halt total schwammig formuliert. Also was bedeutet denn gentechnisch verändert? Also es ist dann halt nur irgendwie so eine Resistenz Resistenz gegen allgemein irgendwas? Ja, oder größere Mais. Aber das ist halt alles, was du halt, was halt Jahrtausende oder Jahrhunderte gebraucht hat, was der Mensch in Jahrhunderten angebaut hat. Das kannst du halt einfach viel schneller erreichen, wenn du das sehr lektiv züchtest. Zum Beispiel Wassermelonen ohne Kerne sind ja auch ein modifizierter Organismus. Oder Rot generell, ne? Ja, genau. Also ich meine, die haben ja so ganz kleinen Fruchtfleischkernen gehabt und die genetische Modifizierung beschleunigt nur das, was du selektiv als Bauer sowieso machst. Aber ich meine, so gesehen, das meine ich halt wieder mit Definitionen, passiert es ja schon die ganze Zeit. Und wir konsumieren halt gentechnisch verändert. Ja, genau. Aber die Formulierung ist ja nicht weiterhin erlaubt, sondern soll erlaubt sein. Das heißt, da gibt es ja halt irgendwie, die sprechen ja auf eine gewisse Definition an, weil in dem Rahmen, es wird ja, wir futtern ja nicht Pflanzen, die halt einfach so über die Jahre von alleine so entwickelt sind, weil dann, sondern die Tomaten, die wir essen oder ein paar von denen, die wir essen, sind ja so konzipiert, dass sie halt irgendwie drei Monate Lagerung und Transport und sowas aushalten und dann immer noch schön leuchten und immer knackig sind und schmecken dann halt immer noch nach Gurke, weil wenn du dann halt irgendwann mal eine richtige, gute Tomate in Italien auf den Markt holst, denkst du, scheiße, die können so riechen und so schmecken. So, und dann ist natürlich der Unterschied, dass man sich sagt, ja, die sind ja auch aus Deutschland, die haben ja mit Deutschland gar nichts zu tun. Beziehungsweise sagen sie halt auch, oh Gott, wenn auf deutschen Acker in Brandenburg Tomaten anpflanzt, dieser komplett nitratverseuchte Boden, dann mal guten Dünnpfiff. Also das, also das aber, das kann ich definitiv sagen, deswegen bin ich auch dafür. Einer der größten Vorteile von GMOs ist, dass weniger gespritzt werden muss. Also weniger Chemie. Wenn du dagegen bist, dann können wir einfach auch neutral sagen. Nein, ich bin nicht, ich bin nicht per se dagegen, sondern es ist halt, ich weiß zu wenig darüber, was, wie die das meinen. so, also weil, weil wir uns ja einig sind, dass wir schon alle gentechnisch verändertes Also ich kann mich, ich kann mich darauf auch neutral einigen. Okay, dann halten wir es mal neutral. Weil wir auch, wir rasen auf die Stunde zu und ich weiß nicht, wir sind bei Frage 4 von 39. Wir sind 9 von 38. Also wir, wir können halt irgendwo auch einen Cut machen und dann überspringe ich halt alle anderen und wir gucken uns die neuen Ersten an oder so. Ja, okay. Wir sind bei 57 Minuten. Ja, wir können ja irgendwie bis 10 machen, also jetzt die nächsten beiden und dann überspringen wir halt alle und dann schauen wir uns Ja, da muss ich jetzt auch nicht damit beschäftigen. EU-Bürgerinnen und Bürger, die da oben, ja. EU-Bürgerinnen und Bürger, die in ein anderes EU-Land ziehen, sollen dort nur eingeschränkt, eingeschränkt, eingeschränkt Sozialleistungen erhalten. Da habe ich gedacht, naja, wenn man jetzt echt sich fokussiert auf hier weniger Grenzen und hast nicht gesehen und ein einheitliches Europa, dann denke ich eher nicht so. Dann ist aber die Frage von wegen, es beschreibt ein ganz bizarres Bild, weil es ist halt so, ziehen ein anderes Land und beziehen Sozialleistungen. Was ist denn da passiert? Also ist der Fokus darauf, sind die Sozialleistungen in Dänemark höher, deswegen fahre ich da hin und ziehe da hin und habe eh keine Chance auf Arbeit oder bin ich irgendwo hingezogen und meine Geschichte hat sich so verändert, dass ich nur welche brauche. Das ist ja viel häufiger der Fall. Also die Leute ziehen ja nicht in Sozialleistungen her, vor allem nicht in Europa. Also es ist ja anders, als wenn du sagst, du kommst als afrikanischer Migrant mit Hoffnung auf Sicherheit und ein soziales Auffangsystem und daraus heraus resultierend auf Arbeit und auf einen Platz oder eventuell darauf wieder zurückkehren zu können in ein anderes Land in Europa, sondern innerhalb von Europa gibt es ja, ich würde mal vermuten, überall funktionierende Sozialsysteme, aber ich würde sagen, keine eingeschränkten Leistungen. Würde ich halt auch sagen. Also ganz klar nicht so. Also stimmen wir, warte, ein anderes Land soll dort eingeschränkt sein. Nein, stimmen wir nicht zu. Richtig. Okay, jetzt die letzte und abschließende, damit wir halt so eine kleine Gichtigste. EU-Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Europawahl ihre Stimme auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. Das finde ich spannend, aber würde die Sache, dass wir vorhin schon 15 Unbekannte aufgezählt haben, wahrscheinlich dann sagen, wir haben 520 Unbekannte und ich würde halt auch sagen, das Krasse ist, was bei uns halt rechts bedeutet, ist dann wahrscheinlich, da freuen sich dann halt irgendwelche Brandenburger Bauern oder sowas, weil die dann halt ungarische Parteien wählen dürfen, die dann irgendwie für Verbrennung von Schwulen sind oder so. Keine Ahnung, so eine Hardcore-Dinger. Frankreich möchte Deutschland als Auswischen und wählt massenweise die Alternative für Deutschland. Ich würde auch sagen, das ist eine marginale Wahlbeteiligung dann von, sage ich jetzt mal, Ausländischen. Nein, da bin ich, ich bin da, totaler Käse. Genau, total dagegen. Also auch, das EU-Parlament, das EU-Parlament ist ja auch in Fraktionen unterteilt, also die finden sich ja da zusammen und haben ja auch dann irgendwie, was nicht, konservative Volkspartei und die Sozialdemokraten Europas und die Grünen Europas unnötig, dann länderübergreifend für irgendwas zu stimmen. Vielleicht sollte es ein bisschen transparenter sein, in welcher Fraktion sie sitzen im EU-Parlament. Ja, ja, dass du die Fraktion, ja, oder es steht einfach in Klammern dahinter, vielleicht ist es sogar so, ich erinnere mich nicht mehr, aber in welcher Fraktion sie vertreten sind. Ich finde es auch ganz gut, ich würde so diese kleine Klausel drunter hängen, dass es sagt von wegen, es ist ja erlaubt, andere Parteien aus anderen Ländern zu wählen, sofern du dir komplett von allen Parteien, die es in Deutschland gibt, halt einen Kopf gemacht hast. Du hast einen Wissensstand, den man nachforschen kann und der besagt, okay, du hast halt auf jeden Fall das Wissen, dass du sagst, ich möchte mal wissen, was es noch aussieht. Dann würde ich sagen, okay, aber ich glaube, das sind dann vielleicht ein paar Politikstudenten und vielleicht irgendwie so ein Alter. Also es ist, also wir stimmen dir nicht zu. Also ich meine, selbst dann, du stimmst doch dann, du kannst ja dann theoretisch auch von Dänemark aus für die Bayern-Partei stimmen. Ja. Einfach nur aus Bullshit. Okay. Oder du machst halt so einen internationalen Wahl-O-Maten und der spuckt halt bei dir dann irgendwie Volt aus, die deutsche Splitterpartei für Volksabstimmungen. Aber ich dachte, wir wissen bis heute nicht, was Volt eigentlich ist. Ja, irgendwas Lateinisches. Ich glaube, er will oder sie will. Ich meine, wofür die stehen. Ja, für Volksabstimmungen. Ja, aber das stehen ja, das stehen die Rechten ja halt auch. Also ich meine. Ja, das ist ja bei vielen ein beliebtes Thema, weil alle glauben, dann wird alles besser, weil die da oben, die Echsenmenschen, wischen uns nur eins aus mit ihrem Sex-Traffic-Ring. Wusstest du das? Die haben in einer Pizzeria, haben sie einen Kinder-Sex-Ring unter der Leitung von Hillary Clinton, die sie in die Mondlandung gefakt hat, geleitet. Frag mal den Erfinder von Minecraft. Darf ich kurz unterbrechen? Nee, ich bin hier gerade richtig in Fahrt. Unsere zehn Thesen, die wir beantwortet haben, möchtest du da irgendwelche besonders hervorheben? Nee. Okay, finde ich auch mal ein bisschen schwierig. Das widerspricht dem Geist unseres Podcasts. Ich hebe hier keine Worte durch Betonung hervor. Welche acht Parteien wollen wir denn vergleichen mit unseren Thesen? Ich würde sagen, vielleicht so Standard, sowas wie SPD, Grüne, Linke erstmal? ja, ja. Okay. Nehmen wir auch fairerweise CDU, FDP mit rein und auch die AfD. CDU, FDP, AfD. Die Partei natürlich. Die Partei. Äh, jetzt hat die Paraten eingeklickt schon. Wo ist denn? Ich raten, dass die noch gibt. Möchtest du ein paar von den kleineren, die wir vorhin hatten? Die Violetten hätte ich ganz gerne. Ja, wo habe ich sie? Ein Moment, die Violetten. Volt? Ja, genau. Wir wissen nicht, was es ist. Volt, wie viele haben wir jetzt noch? Immer interessant. Eine Partei können wir noch auswählen. Ich würde jetzt die Grauen Panther einfach klassisch wählen. Die Grauen Panther oder die Grauen? Eieiei. Für alle Generationen. Nur die Grauen. Aber die Grauen Panther sind die, die nichts haben. Keine Kandidatur. Na, dann geben wir ihnen mal eine Chance. Okay. Keine Kandidatur, kein Programm. Wir sind die neue CDU. Ähm, so. Wo geht's denn hier? Ergebnis wird kalkuliert. Sie haben schon zu viele Parteien ausgewählt. Deine Mutter hat zu viele Parteien ausgewählt. Zwei Parteien wieder aus dem Mütigste raus. Kannst du den Fall nomaden, bitte mal? Zwei rausnehmen? Ja, dann nehmen wir so kleine Parteien wie die CDU und FDP raus. CDU und die FDP raus. Oder CDU und AfD. Oder irgendwas. Nehmen wir halt so ein paar Schwänze da raus. Ich habe jetzt die AfD drin gelassen. Das ist vielleicht noch so ein... Leider kann der Wahl nomad auf der Grundlage ihr antworten. Kein ideuelles Zufälliges Ergebnis. Welche Argumente so begründet die Partei ihre Position? Hä? Was? Haben wir zu wenig? Nur weil wir nur 10 von 38? Ja, komm, dann hetzen wir jetzt durch. Wie, jetzt sollen wir jetzt alle durch? Ja. Jetzt ohne es zu diskutieren, hier wird einfach nur, ja, nein, vielleicht. Oh Gott, da muss ich jetzt auch zurück... Willst du mit mir gehen? Scheiße. Willst du mit mir gehen? Das heißt, du möchtest jetzt... Willst du mit mir gehen? Manipulierte Organismen anbauen. Wie kann ich denn jetzt... Das dauert da eh, wie jetzt alle zurückpinne wieder. Okay, dann gehen wir die von 38 bis 11 zurück. Jugendliche mit ab 16 Jahren Wahl Europa. Mache ich jetzt... Du sagst jetzt, du sagst, wenn du dagegen bist, gegen Klaus' These. Okay, scheiße, wenn ich das mache, dann ist nämlich das Schwierige, dass er gleich vorspringt und bei 38 schon wieder aufhört. Das heißt, oh Gott, okay, ich bin... Ich bin mal vor, ich bin mal... Gehen Sie dafür, dass der Wahl-O-Mat einfacher zu bedienen ist von Leuten mit zwei linken Fingern? Ich bin bei 20. Wo waren wir bei... 10 haben wir genommen, ne? Ja. Okay, dann sind wir jetzt bei 11. Die EU, mehr Geld für Entwicklungshilfe. Ja. Ja. Mitgliedstaaten sollen weiterhin Daten für Fluggästen speichern müssen. Was? Neutral. Neutral. Mindestlohn. EU soll... Ja. Einführung in nationales Mindestlohn. Stimmt nicht auch. Ja, also auch. Flüchtlingsabkommen mit der Türkei festhalten. Nein. Nein. Die Türkei absprengen und ins Mitteleer schicken. EU soll es für Aufsichtsräte, Unternehmen, verbindliche Frauenquote. Ja. Ja. Deutschland soll aus der EU raus... Nein. Nee. Schade. Storch. Storch. EU-Staaten sollen weiterhin Atomkraftwerke betrieben werden dürfen. Nein. Nein. Weil sie machen es ja eh die falsche Scheiße. Ja. Nein, weil sie machen eh die falsche Scheiße. Also EU soll Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern fördern. Neutral, weil ich... Das ist jetzt nicht frei. Das klingt nach so einer typischen Rechtenformulierung, die anfängt mit wir müssen die Zuwanderung von Fachkräften fördern und gleichzeitig aber tendenziell... Ja, neutral. Also tendenziell, ja, ich bin dafür, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland holen, wenn die Fachkräfte... Außerhalb des EU-Auslandes, nicht innerhalb des EU-Auslandes. Ja. Ja, ich meine, das geht ja darum, das zu fördern. Das heißt ja nicht, dass du... Der klassische IT-Inda oder was ist da gefragt. Genau. Und mich hier noch anmachen, weil ich jemanden als ungarisches Dessert bezeichne. EU soll Mitgliedstaaten finanziell bestrafen, die Presse- und Medienfreiheit verletzen. Ja. Ja, nicht nur finanziell, sondern auch jedem in die Hoden treten. Finanzielle Hilfen für wirtschaftlich schwächere Regionen der EU sollen reduziert werden. Nein. Nein. Ja, genau, wir nehmen den Arm und das Geld weg. Gute Idee. Lindner ist gerade kurz schmerzverziert stehen geblieben. Ist also okay, Lindner. Irgendwas tat weh. In der medizinischen Forschung sollen Tierversuche weiterhin erlaubt sein. Nein. Nein. Menschenversuche, meine Güte. Europäische... Das ist übrigens die Antwort von einer Partei, die gesagt haben, die sollen Spitzensportler, die sind eh die meiste Zeit auf medizinische Produkte und die können es am besten vertragen. Europäische Polizeibehörde, Europol, so weiterhin Kompetenzen erhalten. Ja. Also ich meine, Verbrecher haben halt nicht an der Grenze irgendwie Stopp. Scheiße, hier ist jetzt Ungarn, hier können wir nicht weiterfahren. italienische Mafia. Für die Besteuerung von Unternehmen soll es einen weiteren Mindestsatz geben. Ja. Ja, wenigstens ähnlich. U soll sich dafür einsetzen, dass alle Mitgliedstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe einführen. Ja. Sind wir endlich auch in Polen dabei. Nur die gleichgeschlechtliche Ehe. Die gemixtgeschlechtliche Ehe wird abgeschafft. Übrigens hat die Partei gesagt, sind wir auch dafür, aber nur für die Homos. Nice. Mitgliedstaaten, die die EU-Regelung zur Begrenzung der Staatsverschuldung verletzen sollen, konsequent bestraft werden. Da sind wir auch dabei, aber ich würde sagen, ja, weil wir halt immer irgendwie über die Staatsverschuldung und dann, wir sollen irgendwie mal aufpassen, dass wir ein bisschen kleiner. Das Problem bei konsequent bestraft werden heißt, dass die Sozialsysteme gekürzt werden. Okay, dann nicht. Ist das definitiv der Fall dann so? Ja, natürlich, so wie Griechenland. Du bekommst dann gleich mal diese Austeritätspolitik aufgedrückt. Nee, das muss Geld gespart werden. Am besten gespart bei Bildung und Sozialleistung und schneidet die Steuern für die Reiche, weil die geben Geld dem Staat. Alle Mitgliedstaaten LKW-Maut. Ich glaube, das System muss anders funktionieren, weil das ist ja, also das würde ja bedeuten auf Anhieb halt, alle Produkte werden einfach teurer, weil wir halt alle irgendwie wollen halt die Socken aus Spanien, sonst was und das muss halt irgendwie anders gehen als einfach nur Geld auf die Straße. EU soll sich als christliche Wertegemeinschaft verstehen. Deine Mutter soll sich als christliche Wertegemeinschaft verstehen. Also ich finde moralisch ethische Grundwerte okay, aber nicht halt irgendwie Religion reindrücken. Alle Banken sollen verstaatlicht werden. Nee. Nicht? Nee. Wie du willst weiterhin die böse, bad deutsche Bank alleine rumpimmeln lassen? Wie war denn dein letztes Erlebnis beim Bürgeramt? Naja, aber wenn du Tallinn denkst, wenn das doch verstaatlicht eine Banken wäre, auf tallinisches System, wäre super. Aber wäre das so? Nee. Wenn das in Deutschland wäre? Ich meine, es sind aber alle Banken, das heißt ja alle, alle europäischen. Sie müssen auf den Kontoauszug sechs bis acht Wochen warten. Aber wenn es die EU-Bank geben würde? Ja, das funktioniert die Bürokratie nicht besser. Neutral. Stärker reguliert, aber nicht verstaatlicht. Neutral? Ja, neutral. Okay. Asylsuchende, die versuchen, über das Mittelmeer in die EU zu gelangen, sollen in ihren Heimatland zurückgeführt werden. Nein. Ja, die haben dich auf einen gefährlichen Bootstrupp gemacht, weil sie erschossen werden in ihrer Heimat. Wir schicken sie besser zurück. EU soll ihre Sanktionen gegen Russland abbauen. Nein, mehr Sanktionen. Der Russe kann auch ein bisschen bluten. EU-Mitgliedstaaten sollen Plastikverpackungen bestäucht werden. Ja. Ja, gut, finde ich gut. Ja, natürlich Plastik bestäucht. Nee, wir brauchen mehr Plastik. Der Deutsche hat noch nicht genug Plastik. Jedes Mal knister ich mich durch die Küche, wenn ich einen Salat mache. EU sollen Initiativen gegen Antisemitismus finanziell unterstützen. Ja. Nicht nur finanziell, die Affen. Bei außerpolitischen Entscheidungen der EU soll häufiger mit Mehrheit statt einstimmig entschieden werden können. Was? Bei außerpolitischen Entscheidungen? Bei außerpolitischen Entscheidungen? Ach, außenpolitischen. Entschuldigung, ja. Außenpolitischen Entscheidungen der EU soll häufig, häufiger mit Mehrheit als einstimmig. Das weiß ich nicht. Das ist so ein Konsens-Ding, neutral. Asylsuchende sollen in der EU proportional auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Also jeder kriegt gleich viel. Das finde ich schwierig. Nein, jeder bekommt nach Größe und Einwohnerzahl. Ja, ja, ja. Also jedes, ja. Ich bin da tendenziell dafür, weil das Problem ist ja, dass gerade... Aber nicht zerreißen von irgendwelchen Gruppen und Familien und Bekannten und sowas. Nein, 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 aber das Problem ist ja, dass gerade die Länder wie Griechenland und Italien, die an der Grenze sind, ja, ja, klar, da sind dann alle. Überproportional viel. Und wenn das halt verteilt wird auf Europa... Wir gehen davon aus, dass es fair abläuft, was mit Sicherheit nicht der Fall ist, aber dann wären wir dafür. Ja, das ist ein kleines K-Wert. Die Fangmengen für die europäische Fischerei soll stärker begrenzt werden. Also dieses Todfischen der Meere, da wäre bei EU vielleicht mal ein ganz schöner Anfang, wenn man das macht. Es sollen wieder dauerhafte Grenzkostrollen, Kontrollen zwischen den Einzelmitgliedstaaten. Nein, um Himmels Willen. Das wäre natürlich auch dann für die ganze Wirtschaft ziemlich spannend. Wenn du sagst von wegen, ja, wir brauchen hier, wir hängen mit den Socken fest. Ja, da können wir uns mal ein Brexit darauf freuen, wenn es irgendwann kommt. Das wird niemals passieren. EU soll sich langfristig zahlen. Wir brauchen noch drei Monate mehr. europäischen Bundesstaat entwickeln. Das ist ja die Idee. Ja, das war vor 30 Jahren auch mal die Idee. Ich weiß nicht, ob das noch so eine gute Idee ist. Genau, genau. Aber also, wenn man es halt so rein sozialistisch denkt, denke ich so, ja, aber man darf, glaube ich, also dieses Totale vereinheitlichen. Ja, ich bin auch dagegen eher. Also, nette Idee, aber leider sind alle Idioten. Außer uns, wie wir hier durch den Wahl-O-Mat hetzen. Jugendliche, und zwar bei der letzten sind wir schon, sollen ab 16 wählen dürfen. Also, also dann aber bitte, dass die sich informieren. Okay, wie weit haben wir uns hier informiert? Irgendwann machst du so eine grob politische Meinung, die bestärkt halt einfach nur mit den einschlägigen Seiten. Ja, wie weit ist es auch zu sagen, ein 60-Jähriger informiert sich mehr als ein 16-Jähriger? Ja, also im Zweifelsfall hat der 16-Jährige sein Leben lang CDU gewählt und macht es jetzt immer noch. Ja, da ist genau das, was du vorhin gesagt hast, hat auch die Partei gesagt, sind wir auf jeden Fall dafür, weil die bei den Jugendlichen besser ankommen und sie sind eher dafür, dass Senioren halt nicht mehr wählen dürfen, weil die eher verwirrt und schon Probleme haben, die Tür aufzumachen oder sie Butterbrot zu spielen. Also sind wir dafür. So, jetzt haben wir ja eigentlich vorhin ja alles schon ausgewählt. die Parteien, glaube ich, auch 8 von 8 ausgewählt. Defenders of the Earth. Und, was glaubst du, sollten wir wählen mit 82,9 Prozent. Die FDP. Die haben wir noch rausgeschmissen. Schade. Dann die Grünen. Ja, die haben wir rausgeschmissen. Die Grünen haben wir rausgeschmissen. Nein, die Grünen haben wir nicht rausgeschmissen. Wir haben die FDP rausgeschmissen. Wir sollten mit 82,9 Prozent die Linken wählen. Ja. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Mit 78,9, was glaubst du, kommt danach? Die Grünen wahrscheinlich. Ja. Und 73,7. Ich würde sagen SPD. Volt. Volt? Na ja, dann wären wir doch Volt zu 100 Prozent. Und 72,4, dicht dran. Was haben wir, die SPD? Die Partei. Ja, also die wähle ich so wie zu 100 Prozent. Und 71,1. Wen hatten wir überhaupt noch? Die Grauen Panther. Die SPD haben wir noch nicht. Die Grauen Panther haben wir nicht. AfD und die Violetten. Sag ich, was ist die Grauen Panther? Die Violetten. Violettem. Violettem. Und genau, mit Jochem, ne? Und 69,7 Prozent? 69, nice. Die Grauen Panther. SPD, jetzt sind sie da. Und dann mit 52,6 die Grauen Panther und 31, aber zu 31 Prozent sind wir auch ganz schön Nazis. Ja, gut, aber ich bin mir sicher, die haben zu 31 Prozent das Ding auch nicht richtig ausgefüllt. Die waren wahrscheinlich genau, wir sind ja jetzt schon durch die ganzen Flüchtlingspunkte gekommen, jetzt können wir hier mal durchhetzen durch den restlichen Scheiß. Am besten sind halt einfach die Begründe der Partei. Möchtest du irgendwelche hören oder sind wir so mit... Ja, komm, lies mal, wir sind bei 1,13, aber lies mal noch zwei vor. Zwei die These, die erste gleich. Es sollen EU-weite, verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Da sagt die Partei, Bürgerentscheide können wertvolle Instrumente, politische Partizipation sein. Das haben einige demokratische Abstimmungen in jüngster Vergangenheit bewiesen, zum Beispiel beim Brexit und bei US-Präsidentschaftswahlen. Wichtig ist nur, dass das Ergebnis von der Parteiführung verkündet wird, weil es sonst oft zu unsinnigen Entscheidungen kommt, zum Beispiel beim Brexit oder bei US-Präsidentschaftswahlen. Nice, ja. Hast du irgendwie eine bestimmte These, die du noch hören würdest? Ich würde gerne hören, was die Partei zum EU-Herr sagt. Was war das nochmal? Zu die europäische Armee. Mit die Staten gemeinsam Armee aufbauen. Zuvor muss die EU eine gemeinsame Müllabfuhr auf die Reihe kriegen und wenn schon EU-Militär, obwohl der Vertrag von Lissabon Investitionen in militärische Projekte strikt hinzuntersagt, dann nach dem Vorbild der Bundeswehr, damit andere sich nicht bedroht fühlen. Merkel nach der nächsten Wahl könnten Typen wie Marie Le Pen, Viktor Orban, Matteo Salvini und Baby Hitler, Sebastian Kurz über eine angriffsfähige EU-Armee verfügen. Das ist ein ganz guter Punkt, was ich vorhin meinte. Also dann stehst du halt da und dann sagt dann halt Kurz, so, jetzt holen wir uns mal. Und jetzt hat Kurz nur im Bundesheer den Major auf Abruf Doc Valentin. Ja, noch irgendwie eine These? Noch eine einzige? Da suche eine raus. Bio-Landwirtschaft, da haben wir auch gesprochen, fördern. Da sagt die Partei, aber keinen Fußbreit dem Seitenbacher-Müsli. Nice. Das finde ich ein ganz guter Abschluss. Seidebacher, weil es lecker ist! Ja, trotz, dass wir die Linken wählen sollten, finde ich bei der 2-Prozent-Hürde, beziehungsweise 1-Prozent-Hürde, dass man die Partei, also die hat ja nicht nur Spaß, sondern die hat ja auch echt gruselige Sachen verhindern können. Ich wollte gerade sagen, die sinnvollste Arbeit im Europaparlament hat Martin Sonneborn gemacht. Hat er sich nicht mal irgendwie als irgendwie so ein Rechter ausgegeben und hat dann irgendwie so was, eine Sache konnte er doch kippen. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich glaube, bei zwei Abstimmungen hat er sogar die entscheidende Stimme gegeben. Ich habe neulich ein Interview gelesen. Irgendeine Datenspeicher-Scheiße hat er gesagt, da hat er sich irgendwie so was. Auch mit dem Artikel 13, mit dem Internet-Copyright, hat er ja mehr oder weniger so einen Protest angestoßen, dass die Leute halt nochmal massenweise die Parlamentarier umstimmen. Ja. Oder was ja die SPD zum Beispiel hat dann geschlossen dagegen gestimmt im EU-Parlament. Nur die CDU von den deutschen Parteien ist nach wie vor für diese Copyright-Änderung gewesen. Und also, ja, Martin Sonneborn muss unbedingt ins Parlament und er meint auch mit Nico Semsrott an seiner Seite sieht er noch mehr Chancen, das richtig beeinflussen zu können. Und ansonsten hat die Partei ja auch noch gute Leute auf dem Wahlzimmer, Wahlzettel, Krieg, Bombe, Goebbels. Hess. Hess, Speers, glaube ich, auch dabei. Ja. Und Semsrott ist ja auf Platz zwei der Spitzenkandidaten oder der Kandidatenliste. Also ich glaube, wenn die auf knapp zwei Prozent kommen, müsste der auch einziehen, wahrscheinlich. Aber, achso, also, die hatten, aber ich dachte, die hatten jetzt zwei Prozent und er war alleine vor Ort. War das so? Also ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, jede Stimme für die Partei ist auch eine gute Stimme, weil einfach mehr von dem, was in Brüssel schief geht, publik wird. Ja. Ich glaube, das ist halt auch einfach so was ganz Großes, was thematisiert. Genau, es ist einfach gut zu wissen, was genau da passiert und das geht mit keinem anderen als Martin Sonneborn. Auch diese Sache, die die AfD sich immer auf die Fahnen schreibt, jetzt Protest, Denkzettel nach Brüssel. Die einzig funktionierende Protestpartei ist die Partei. Und die ja auch, und das muss man ja auch mal sagen, hinter der ganzen Satire und hinter dieser bitter enttäuschten Aufmache steckt ja wirklich eine sinnvolle Politik. Also die haben ja wirklich eine humane und humanistische Rechtsauffassung von der EU. Also auch Martin Sonneborn, der auch irgendwann im EU-Parlament meinte ja, wenn wir die ganzen Regeln für Flüchtlingsaufnahme und so befolgen, dann gehe ich davon aus, als nächsten Punkt besprechen wir, wie Ungarn aus der EU geworfen wird. Ist die Folge dessen, ne? Ja. Ich meine, wie heißt das, Dublin 2 oder sowas, was die ursprünglich mal irgendwie veranschlagt haben, wo sich, wenn man es durchleuchtet, also gruselig wenige daran halten und dann ist dann irgendwann die Frage, warum, und das sind ja auch Millionen von EU-Geldern, die damals rausgeschossen wurden, um das überhaupt zu verabschieden, um dann zu sagen, ja gut, ist jetzt mal eine Richtlinie, hä? Ja, also ich meine, das, ja, deswegen wählen die Partei. Und außerdem, Partei wählen, weil die Partei ist gut. Ja, sehr gut sogar. Gut, in diesem Sinne, wir sind für Nüsse mit Dirk und Klaus. Ja, und dieses Mal ist es das Bild von wem? Von der lokalen Brandenburger Landtagsliste Blankenfelde-Malo, zwanglos 5. Jedenfalls kann man Fünnisse Freie Wählergruppe Ortsbeirat Blankenfelde-Liste 17 auf YouTube hören. Oder auf Podcast-Apps. Und zwar netzt es sich da wie überall Fünnisse mit Dirk und Klaus. Alter, ich habe das Gefühl, ich habe so ein ganz krankes Echo. Echo. Ach so. Fünnisse at gmail.com wäre die E-Mail-Adresse, falls ihr uns eine Nachricht eine Frage schicken wollt. oder at Fünnisse Pod auf Twitter. Ja, in diesem Sinne geht wählen am 26.05. mit uns.